Viele von Ihnen hatten vielleicht schon einmal einen beinahe Zusammenstoß. Sie erinnern sich nur nicht ans Wann oder Wo. Melissa ist fort. Schau, da sind zwölf Stunden, die ungeklärt sind. Warum tust du dir das alles an? Sie ist meine Schwester. Sie ist da draußen. Haben Sie weiterhin Visionen von Ihrer Schwester, Valerie? Kommen Sie in mein Refugium. Haben Sie sich jemals gefragt, wo die Zeit geblieben ist? Déjà-vus, Tagträume, Albträume. Sind das nur Erfindungen unserer Vorstellungskraft? Oder sind es Souvenirs zu furchtbar, um sich an Sie zu erinnern? Sind Sie das? Sie alle leiden an einer Art posttraumatischen Stress. Aber die Antworten, nach denen Sie suchen, sind tief in Ihnen. Hören Sie sich verlaufen? Valerie Dreifuss, wo ist sie? Niemand ist gegangen. Wie menschlich. Sie sind Teil dieser auserlesenden Gruppe. Ich nenne sie Lost Timers. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Los! 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 Was passiert hier? Du gehörst jetzt ihm. Los! 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 Los!